So. Hallo. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich wollte dir nur sagen, dass ich bereit bin, alles zu tun, um das hier zu einem richtigen Zuhause zu machen. Also, sag mir, wenn ich irgendwas Bestimmtes machen soll. Okay. Was brauchst du? Brauchst du irgendwas? Um ehrlich zu sein, sind unsere Lebensmittel knapp. Wenn du da was machen könntest, wäre das toll. Okay, Lebensmittel sind knapp. So. Hey. Ähm, was brauchst du? Die Lebensmittel sind knapp. Das ist hart für uns alle. Okay, und wie kriege ich Lebensmittel hier hin? Lebensmittel sind knapp. Ähm. Nehmen wir erstmal hier. Dat hier weg. Dat hier weg. Dat hier weg. Lebensmittelschutz. Dekoration. Möbel. Strukturen. Ressourcen. Wasser. Essen. Bauen mit. Mais. Guck mal, hier können wir sogar. Guck mal, da können wir ja zwei von anpflanzen. So. Die anderen beiden nehmen wir dann für uns noch mit. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Melonen haben wir nicht. Mutterbeeren können wir hier auch noch anpflanzen. Tato-Pflanze können wir hier auch anbauen. Dann haben wir hier schon mal ein paar Sachen. Und den Rest können wir dann mitnehmen. Sonstiges. Plünderstation. Äh, einmal drehen. Jetzt dreht das doch mal richtig hier. Ich bin immer einen Schritt so weit. Das geht nicht. Ähm, ja. Claudia spielt mit dem Teddy. Alles klar. Kann sie eher ruhig machen. Wenn sie da Lust drauf hat. Wundert mich gerade ein bisschen, aber... Okay, sonstiges. Was haben wir denn hier? Futtertrog. Okay. Leute, die Glockumsiedler in der Nähe zu versammeln. Sirene. Nur ein pro Ort. Verlegt die Schnellreise an. Ankunftspunkte. Achso. Ja gut, das ist ja. Gupfige Sprung. Ich meine, da kann man ihn zwar hier hin machen, aber... Ist jetzt nicht so wichtig. Was denn mit dem Wasser? Wasser ist ja auch wichtig. Wasser. Was haben wir denn hier? Wasser. Aufbereiter. Wir brauchen noch eine Schraube. Benötigt Rang 1 Wissenschaft. Können wir also nicht bauen. Produziert drei Wasser. Können wir eigentlich hier mal mit hinpacken. Damit wir zumindest ein bisschen Wasser haben. Moral geht runter. Enter. Bauen. So. Schutz. Essen. Leute zwei. Brauchen wir noch ein paar Betten, würde ich sagen. Wo haben wir denn unsere Betten, Möbel? Moment. Wir brauchen erstmal Strukturen. 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 Böden Fertighäuser. Böden Fertighäuser. Häuser. Strukturen. Böden Fertighäuser. Böden Fertighäuser. So. Wir haben kein Holz. Nehmen wir erstmal hier die Sachen auseinander. Titli tititit. So. Wir brauchen Holz. Holz. Holz brauchen wir. Holz. Dann bauen wir hier einfach daneben noch eine. So. Können wir daneben noch eine bauen? Ja, komm. Okay. Bodenwände. Warte. Erstmal vernünftige Wände hier ran. So. 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 Wir haben auch noch Holz. Mehr Holz. Von den Hütten. So. Dipp, tipp, 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 tipp. Oh. Nehmen wir hier das Holz weg. Tut, 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 tut. Mein Gott, ist die Sonne hell. Warum ist der ja ganz schön blind? Haben wir da noch eine hin? Da noch eine hin? Ähm. Okay. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Mein Gott. Da weiß doch kein Mensch, was er bauen soll. Wir gehen erstmal zurück. Erstmal minimalistisch. Ausbauen können wir immer noch. So. Und dann, da bauen wir Betten rein. Strukturen, Möbel, Betten. Böp, 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 böp. Oh. Das drehen wir einmal. Ist ja fast wie bei Minecraft hier. No. Ach komm. Ist zwar ein bisschen schräg. Aber schräg ist modern. Machen wir das von der anderen Seite auch schräg. Ja. Wenn man das denn hinkriegen würde. Äh. So. Und bauen. Wollen wir hier auch noch eins hin? Betten. Ja. Schlafen können die auch. Was brauchen sie noch? Essen. Schutz. Ja, beim Schutz. Da bin ich mir halt noch nicht sicher. Wachposten. Geschütztürme. Können wir Geschütztürme bauen? Könnten wir sogar theoretisch bauen. Wir hier einen draufsetzen. Ey. Dann setzt doch mal einen drauf. Okay. Wie viel können wir denn davor noch bauen? Drei. Dann setzen wir hier zwei hin. Und, ähm. Können in der anderen Stadt auch noch eine bauen. Wachposten. Wachposten ist natürlich auch wichtig. Machen wir mal hier einen hin. Ja, das ist sinnvoll. Machen wir auch einen hin. Und jetzt haben wir erstmal wieder kein Holz. Aber das ist egal. Mal Holz. Kriegen wir. Da haben wir jetzt. So. Die Moral geht nach oben. Die Frage ist nur, wie lange die Sachen brauchen. Ähm. Nein. Brech das doch mal ab. Wir brauchen natürlich jetzt auch Leute, die hier beigehen. Und die fliegen. Arbeit wie jeden Tag. Immer das gleiche. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Klar. Ähm. Baby rastet aufbereitetes Wasser. Ja, keine Ahnung, was ich davon abgeben kann. Was ist denn, wenn ich dem Fleisch gebe? Da haben die nichts von, oder? Die müssen das selber anbauen. Das ist ja natürlich jetzt die Frage. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. Nee, ich will gar nicht handeln. Wie kriege ich euch denn dazu, dass ihr hier... Ja. Ja. Keramik. Ähm. Dass ihr hier anfangt, die, die, die Sachen zu nehmen. Beziehungsweise hier die, die, die. Nein. Das Essen hier aufzubereiten. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Hm. Man ist ja schön und gut, dass sie hier Essen haben, aber wenn die kein, kein, kein Essen bekommen. Weil sie keiner drum kümmert. Genauso wie mit dem Schutzdings. Naja, gut. Dann gehen wir erstmal nach Preston zurück, würde ich sagen. Äh, bop, 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 bop. Und der, ups, der kann dann mir mal sagen, ob alles gut ist oder nicht. Oder doch. Oder, oder wie. Aua. Bloß Mikro. Weil ich weiß das ja nicht Vielleicht koordiniert er das ja auch von hier aus So, wo ist er denn? Unser Minuteman Dem, ja Wo ist denn unser Minuteman? Auf der Karte sieht man die nicht, ne? Nee, eher nicht Aber wir könnten hier mal gucken, ob wir Wasser herstellen können, Getränke Da fehlt Whisky Und da fehlt schmutziges Wasser, was wir ja schon verbraucht haben Suppe Braten Da taten wir ja alles gerade erst Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig Na gut Wo ist denn unser Minuteman? Ich räume hier mal ganz kurz Das Holz ist weg Weil ich habe immer das Gefühl, dass ich da drüber wegspringen muss Erstmal die Straßen sauber machen Gummi können wir auch gebrauchen Ja Nehmen wir alles mit Bis wir unser Minuteman gefunden haben Inhalt zur Bank Wobei wir Eckbank Man, wir könnten jetzt ja hier auch die Sachen anpflanzen Wir haben hier ja schon ein paar Sachen Melonen Zum Beispiel Ähm Diese Person kann nicht aus der Siedlung entfernt werden Aha Ähm Wo haben wir denn Schutz Ressourcen Essen Ja, ja Kann nur auf Erde platziert werden Ich möchte hier aber jetzt ein paar Sachen anpflanzen Ich weiß ja nicht, ob das überhaupt sinnvoll ist Hier einfach das In der Gegend zu bauen Ich mache das jetzt einfach mal Ein Arbeiter, der Nahrung produzieren soll Kann an mehreren Nahrung produzierenden Objekten arbeiten Bis zu maximal von 6 Wenn du Nahrung produzierende Objekte baust Arbeit der Farmer in deiner Siedlung automatisch an den neuen Objekten Falls er noch Kapazitäten frei hat Das ist ja super Gleiches gilt auch für arbeitende Verteidigungsobjekten Diese weisen sich automatisch an neuen Verteidigungssachen zu Ah ja So, dann haben wir hier noch El Tomato Und Ja, das war's Schutz Achso Schutz, genau Wir haben ja jetzt hier Noch die Okay, wir haben keine Schaltkreise mehr Wir haben hier keine Schaltkreise mehr Ah, da zählt alles nicht füreinander Das heißt, man kann von da drüben keine mitnehmen Ah, wie kriege ich denn hier Schaltkreise? Muss ich die hier herstellen? Ähm Ja Okay Ich muss jetzt erstmal unseren Minute Man finden Oh ja, kann sie ja Hat alles gut Wo ist er denn? Da ist er ja Minute Man Im Moment läuft's nicht so Aber es wird besser werden Ich hab den Ort gesäubert An den du mich geschickt hast Und ich hab einen Funkleitstrahl platziert Das sind gute Neuigkeiten Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben Werden sie auch bereit sein Dafür zu kämpfen Wie üblich hab ich noch was anderes Um das du dich kümmern könntest Was denn? Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten Die von Raidern bedroht wird Ich markiere es dir auf deiner Karte Geh dorthin und finde raus, was sie wollen Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen Ähm Okay Später dann Ähm Schaltkreise, genau Wo kann man die Schaltkreise herstellen? Waffen Werkstatt Rüst Verlustung Guck mal, ob wir die Waffen irgendwie Verbessern können Keine Verbesserung Gezackte Klinge Gezackte Klinge Du erfüllst nicht die Voraussetzung Schmiedschrank 2 brauchen wir dafür Achso Planke Planke mit Stacheln Mit Stacheln Mit Stacheln Ich sollte mal ein paar Sachen auseinander nehmen Wie kann ich die denn Auseinander nehmen Verwerten Damit ich zum Beispiel wie dies hier Taktisch Schwer kurz 44er 10 mm Die haben wir ja schon Verbessert Also können wir diese hier ja auseinander nehmen So Dann haben wir hier Impro Da, die können wir auch auseinander nehmen Die können wir Was? Nein Die können wir auseinander nehmen Impro Ich hoffe du findest deinen Sohn Laser Machete Können wir auch eine von auseinander nehmen Planke Können wir auseinander nehmen Ohrzange Ja Klab da Später Die Lebensmittelvorräte werden langsam knapp Wenn wir uns hier niederlassen Müssen wir was anbauen Ja Wir sind noch dabei Nun mach hier mal nicht so einen Stress Alles gut Kurzläufig Die nehmen wir auch auseinander Impro Ich glaube die Impro Sachen nehme ich auch auseinander Da können wir lieber diese hier aufrüsten Impro Revolver Nein Weg Okay Was können wir denn Kurzer Lauf Kurzer Lauf Was macht kurzer Lauf Ach die hat schon kurzen Lauf Verlängerter Blablabla Da haben wir gar nicht genug Sachen für Standardgriff Verbessertes Visier Verbesserter Fokus Und Präzision Okay Das Ding ist schon gut Das können wir nicht machen Standardgriff Wir haben einfach zu wenig Das ist auch eine Impro Die könnten wir eigentlich auch auseinander nehmen Trommel Magazin Da können wir noch nichts machen Wir haben einfach keine Ähm Sachen Hier Fällt überall Kleber Den wir gerade verbraucht haben Naja gut Verlassen Dann